Balje Balje ist eine Gemeinde an der Niederelbe im Landkreis Stade, im Elbe-Weser-Dreieck. Hintergrund Balje ist eine ländlich geprägte Gemeinde am südlichen Elbufer nahe von Stade. Zur Gemeinde gehört der namensgebende Ort bei, die Ortschaften Hörne, Süderdeich West und Süderdeich Ost und weitere kleine Siedlungen, die sich meist als kleine Straßendörfer entlang der Deiche erstrecken. Durch die Oste, die die Gemeinde zum Teil nach Süden hin begrenzt, die Ostmündung und der durch das Oste-Sperrwerk entstandene Osteteich im Westen und die Elbe im Norden ist Balje stark durch Wasser und den Deichbau geprägt. Neben dem Oste-Sperrwerk sind das Natureum Niederelbe auf der künstlichen Osteinsel, das mittelalterliche Museumsdorf in Hörne und mehrere Naturschutzgebiete in den Moor- und Marschgebieten an der Elbe besondere touristische Attraktionen der Gemeinde. Mit dem Flugzeug Der und der sind, beide etwa gleich weit entfernt, die nächstgelegenen Linienflughäfen. Der auf dem Gelände des Marinefliegerstützpunktes Nordholz gelegene bietet derzeit keine regelmäßigen Flugverbindungen. Allerdings steht der Flugplatz für Selbstflieger zur Verfügung. Der des Luftsportverein Günther Grönhoff-RV, EZ, ist ca. 50 km entfernt. Mit der Bahn der nächstgelegene Bahnanschluss befindet sich in Kadenberge, von hier bestehen ebenso Anschlüsse mit dem Anrufsammeltaxi Ast wie aus Stade. Mit dem Bus-Bus-Verbindungen mit dem Anrufsammeltaxi Ast, aus Stade, Ast 2025 Richtung Itzwörden-Gewersdorf, bzw. aus Kadenberge, Ast 2825 Richtung Freiburg, Elbe, spätestens 45 Minuten vor Abfahrt anmelden unter Telefonnummer 01801-334433. Verbindungen werden bei der Online-Auskunft der Bahn mit angezeigt. Auf der Straße die führt von Freiburg, Elbe, an Ballje vorbei und schließt in Neuhaus, Oste, an die An. Über Freiburg, Elbe, hinaus gelangt man in Wischhafen-Enti. Dort besteht eine Fährverbindung über die Elbe nach Glückstadt. Mit dem Schiff Ballje ist nicht direkt mit dem Schiff erreichbar. Mit dem Sportboot besteht die Möglichkeit, bis Neuhaus, Oste, anzureisen. Bei der Seglervereinigung Neuhaus gibt es einige Gastliegeplätze. Auch in Freiburg, Elbe, kann man mit Sportbooten im Hafen und bei der Seglervereinigung Freiburg-Elbe festmachen. Mit dem Fahrrad der Elbe-Radweg und die Fahrradroute zur Deutschen Fährstraße führen durch das Gemeindegebiet. Ausflüge sehenswert ist die Stadt Buxtehude. Die historische Altstadt von Stade ist unbedingt einen Ausflug wert. Mit der alten Liebe, dem Fischereihafen und den Stränden in Dunen, Salenburg und Döse sollte man nicht verpassen. Insel im Wattenmeer, erreichbar ab Cuxhafen mit der Fähre, Fahrzeiten abhängig von der Tide, oder mit dem Wattwagen oder zu Fuß. Mit seinen vielen interessanten Sehenswürdigkeiten erreicht man nach ca. einer Stunde mit dem PKW, ca. 70 Kilometer. Auf der anderen Elbseite, in kann man Schiffe gucken an den Schleusenanlagen des Nord-Aussee-Kanals, mit der Fähre Abwischhafen. Ist nicht nur zu den Glückstädter Matthias Wochen einen Ausflug wert, mit der Fähre Abwischhafen.